Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem weiteren Infovideo. Wie ihr gesehen habt, es hat sich mit der Namensänderung einiges geändert. Ich bin aber immer noch dabei, ich muss noch so viele Links austauschen. Das ist mehr Arbeit, wie ich vorher gedacht habe. Die Homepage ist auch bald fertig, werde ich sie auch bald veröffentlichen. Schauen wir mal. So, kurze Info zu den Videos. Ihr habt ja gesehen, jetzt kommen im Moment gerade wieder viele Videos auf meinem Kanal. Es wird so sein, die Sachen, die ich jetzt noch habe, werde ich jetzt noch alle rausschicken. Und dann wird es nur noch bestimmte Spiele auf meinem Kanal geben, die ich halt als Let's Play hochlade. Alles weitere werde ich, wenn, dann höchstens mal im Stream spielen. So, und zu den Sachen, die regelmäßig auf diesem Kanal kommen werden, sind Arc, dann die Horrorspiele, die sich ja mittlerweile eingebürgert haben. WoW wird bleiben, weil WoW halt immer ein Teil von mir ist, wenn ich mitspiele. Und wenn ich mal Spiele anteste. Ich hoffe, man hat das Auto jetzt draußen gerade nicht gehört. Das ist ja mit voller Lusche hier durchgebretscht. So, ich denke, das sind so und so die Spiele, die hier bleiben werden. Wenn wir mal was anderes spielen, dann im Stream. Oder halt bei anderen. Das kann ich dann aber nochmal exonat ankündigen. Ich hoffe, ihr seid zufrieden damit und ich denke, das reicht für diesen Kanal. Das ist immer noch viel. Aber ich sollte einfach mal ein bisschen eingrenzen oder ein bisschen kürzer treten. Ich habe etliche Spiele, die ich jetzt auch nochmal gestartet habe, jetzt komplett beendet, weil es einfach keinen Sinn macht. Ich werde die wahrscheinlich eh nie bis zum Ende spielen. Deswegen verzeiht mir, wenn ich die entfernt habe. Wenn euch irgendwo auffällt, dass ich mal was vergessen habe an Links zu ändern, Beschreibungen etc., dann sagt mir bitte Bescheid. Weil manchmal, wenn man das alles alleine macht, dann kann einem auch schon mal etwas untergehen und ich muss ja wirklich überall was ändern, auch alle Videos. Die Beschreibungen, die Links, bla bla. Bla bla ist gut, ne? Gut, ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wir sehen uns in den Videos und in den Kommentaren. Bye!